Heyo Leute, CRIMEX hier, was geht mit Paul Berger und wir werden heute gemeinsam auf Try not to say wow challenge satisfying video that relaxes you before sleep part 6 reagieren Leute lasst ein like und ein abo da, let's go mit dem video Okay, wir dürfen nicht wow sagen Was ist das denn? Oha Gut, man muss auch sagen, ich sag natürlich das Wort wow an sich nicht so oft, aber Ich darf auch nicht oha sagen, machen wir jetzt auch noch Ey, das ist schwierig, das ist ja ultra satisfying war das gerade mit dem Sand Den Clip kennen wir schon Cooler Typ auf jeden Fall Skaten ist so ein Ding, würde ich gerne sagen, könnte ich gut, weil es einfach cool ist Ah ah, lol Dass das aber auch so wasserlich ist, ne Der ist treffsicher, der Bruder Den Clip kenne ich auch schon Er ist auch clean unterwegs Bruder Wo ist der Typ da? Auf Mount Chiliad unterwegs Ihn interessiert es auch einfach gar nicht Oh, Leute, ah nein, ich darf ja nix sagen, ey, das ist so schwierig Es sind wirklich nice Clips hier dabei Macht richtig Spaß, das ist ans Schauen Wir dürfen nicht wow, oha oder krass oder irgendwie sowas sagen Es wird schwierig Es wird sehr, sehr schwierig Sehr, sehr clean No way Ich muss jetzt einfach sagen, oha Ich muss einfach sagen, oha Er macht da in den Schnee so Alter, hä? Wie, oh mein Gott, wie schön das aussieht Guck mal, in diese Eisschollen Macht der so ein Gemälde rein Das ist ja das aber auch so Der sieht das ja nicht so von oben Krass Da haben wir hier die Semi-Slick-Reifen Die Rennreifen Er ist auch krass Er ist krass Ey, der Ball ist doch da irgendwie drangeklebt Ey, jetzt hört er sich nur das Cola Ohne das Wasser Oh mein Gott, da hätte ich Angst, da zu laufen Da hätte ich aber richtig Angst, da zu laufen Ich habe keine Höhenangst Aber so Wenn man da so runterfallen kann Äh, nee, nee Ich glaube, das war quasi so ein Haus 3D-Druckermäßig So werden Nummernschilder gemacht Sehr crazy Zumindest in der Türkei Und so werden Pralinen gemacht, Kinder Hat aber, glaube ich Sowas hat auch, glaube ich, jeder schon mal irgendwo auf einer Kirmes oder so gesehen Was war das für eine Bergziege Die dreht ja komplett durch Das ist sehr, sehr satisfying Auf entspannt Auf ganz entspannt Das ist einfach nicht wow sagen So was finde ich einfach nur Voll beruhigend Das ist einfach so satisfying anzuschauen Oh Oh, schau mal diese Linie Wie clean er das da abzieht Er benutzt den Rasenmäher, um das Laubwerk zu machen Aber, ja, geht auch Und Rasenmäht hat er auch noch gleichzeitig damit So werden Bränder mit einem Helikopter gelöscht Habe ich auch noch nie gesehen So Boah, da würde ich auch mal gerne drüber laufen Schau mal, wenn da so eine Welle kommt Yeah Oh mein Gott Wie hoch er geflogen ist Das würde ich auch mal gerne machen Wo ist denn so eine Brücke Wo man auf dem Wasser laufen kann Ach, das war so reversed quasi Oh, über die Eisscholle Let's go Super slow Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott, würde er da hinfallen Aua Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Hoff mir mal, dass da unten auf der Straße niemand ist Oh mein Gott Oh mein Gott Wie satisfying das ist Also das Video heute finde ich krass Das ist ja Ultra satisfying zum Anschauen Okay Okay Wird da ein Pferd rasiert oder was ist das? Warum geht da so Fell ab? Verstehe ich nicht Das war richtig cool Das war richtig cool Er spielt einfach Baseball mit Golf Golfball Jo Aber wie er die weg Weckhaut Nein, das geht nicht Oh, ein Monovil Haha Geil Sehr nice Dubey Da bin ich auch schon Chetzky gefahren Bei dem Bursch Al Arab Er fühlt komplett Boah Was macht der Brede denn da? Oh, da braucht man aber Körperspannung Was ist das denn? Was ist das denn, Leute? Was ist das denn? Oh, da braucht man aber Körperspannung Boah Warum ist das Wasser da so dreckig auf einmal? Haha Boah Die machen einfach Machen die da den Rasen sauber Zu Kunstrasen wird das sauber Ich glaube Kunstrasen wird das sauber gemacht Das sieht auch crazy aus Sehr, sehr crazy Aber gut, meine Freunde Ich würde sagen, das soll es gewesen sein von heute Lasst gerne mal ein Like und ein Abo da Ihr könnt euch das komplette Video noch anschauen Wie immer in der Videobeschreibung verlinkt Und bis dahin Haut rein, Leute Euer Crymax Bis zum nächsten Mal 知er